So, liebe Leute, wie angekündigt zeige ich euch jetzt mal das Bad. Das ist Wahnsinn. So, noch ist es dunkel. Ich mache aber gleich Sicht an. So, das ist die... Da ist die Toilette. Da sind zwei Waschbänken mit Riesenspiegel. Und hier ist eine scheiß Dusche. Mit Wanne. Guckt euch das einfach nur an. In dem Boden. Kannst dir freistehen und duschen. Und sexuelle Dinge machen. Ja. Ja. Ich habe gerade ein Ja aus dem Wohnzimmer gehört. Oh Mann. So. Bis später.